Letzte Woche haben wir mit einer neuen Serie begonnen über Menschen, die ehrenamtlich arbeiten. In Hessen sind das rund zwei Millionen Bürger, sagt die hessische Landesregierung. Ihr Engagement ist extrem wichtig, macht Hessen erst so lebenswert. Und bei manchen sorgt deren Engagement fürs reine Überleben, wie im Bahnhofsviertel von Frankfurt, wo die Gestrandeten und Verlorenen Hilfe brauchen. Mitten im Frankfurter Bahnhofsviertel, zwischen Bordellen, Drogen und Kriminalität, stehen die Street Angel. Ehrenamtlich verteilen sie heute über 200 Essen an Menschen, die seit Tagen nichts Warmes bekommen haben. Es gibt auf jeden Fall Lasagne. Ich habe Gemüse gemacht für entweder die noch gerne Gemüsebollen oder die Vegetarier. Da denken wir auch dran. Die Lasagne ist natürlich auch halal für die, die kein Schwein essen. Gleich geht's los. Gleich werden hier hunderte Bedürftige Hilfe suchen. Stunden vorher. Street Angel-Initiator Sabi Uschki holt gemeinsam mit seiner Kollegin die Lasagne aus einer Großküche in Frankfurt ab. Seit 8 Uhr morgens wird daran gekocht. Das Essen ist eine Spende von einem italienischen Restaurant. 33 Kilo Fleisch, 230 Portionen, 13 Bleche. Heute sollen alle satt werden. Sabi Uschki hilft Obdachlosen seit über 20 Jahren, nachdem er einen Obdachlosen gesehen hatte, der vor seinen Augen aus der Mülltonne gegessen hat. Der hat da reingegriffen und ich konnte es da sehen, weil in dem Moment habe ich hingeguckt und sofort in den Mund unter reingebissen und gegessen und runtergeschluckt. Und da ist mir im wahrsten Sinne des Wortes eben die erste Gabel da im Halse stecken geblieben. Vor sechs Jahren gründete er den Verein Street Angel. Wie jeden Sonntag fährt er auch heute ins Frankfurter Bahnhofsviertel. Da kommt jetzt eine Mischung aus allem. Alkoholiker, Junkies und Bedürftige, die eben kein Suchtproblem haben vielleicht, die einfach Hunger haben. Um kurz nach halb sieben geht es dann los. Die Ehrenamtlichen verteilen Tee, Gemüse, kleine Pakete mit Brötchen und Obst. Und natürlich die gespendete Lasagne. Alle machen das hier in ihrer Freizeit, am Wochenende neben dem Job. Schmeckt wie bei Muttern. Tut das gut, das Warmes zu essen? Lecker. Die Leute zu sehen, dass sie sich freuen, dass sie sich freuen, was zu essen zu bekommen, uns zu sehen, sie reden mit uns, sie sind einfach nur toll. Bei den Street Angel gibt es nicht nur warmes Essen, sondern auch Kleidung, Schlafsäcke oder Isomatten. Hast du Socken bekommen? Rosa? Ehrlich? Nein, wir haben noch schwarze. Du musst doch keine rosa Socken tragen. Julia, wenn du Zeit hast, guckst du mal drunter, guckst du mal, ob da Socken sind in schwarz. Er hat hier rosa welche bekommen, der hat sie auch noch genommen. Der freut sich über rosa Socken. Aber es ist warm, die halten es warm. Nicht nur die Bedürftigen haben ihre eigene Geschichte, sondern auch die Helfer. Julia kommt jede Woche aus Wiesbaden zum Helfen nach Frankfurt und hat dafür einen ganz bestimmten Grund. Mein Bruder, der lebt da auf der Straße, der ist hier auch ins Kummer gefallen. Er ist gestorben, der war 37 Jahre alt. Und ich konnte ihn nicht zu mir nehmen, weil er drogenabhängig war. Ich habe selber ein kleines Kind. Und das hat mir schon sehr viel leid zugefügt, ihm nicht helfen zu können. Ihrem Bruder konnte sie nicht helfen. Deshalb will sie heute für andere da sein, die in einer ähnlichen Situation sind. Währenddessen planen Sabi Uschki und sein ehrenamtlicher Lagerchef schon die nächste Lieferung. Die beiden kennen sich aus Kindheitstagen. Lange haben sie sich aus den Augen verloren, denn war sie, war selbst obdachlos. Kein Kram von Nestle hat. Problem mit der Ehefrau, Problem vielleicht noch auf der Arbeit. Und dann ist man ratz-ratz, braucht man dann einen Joint mehr. Dann kommt irgendeiner der her, guck mal, ich habe hier was, das lässt sich total abschlaffen oder total aufputschend. Und ehe man es sich versieht, andere Leute können damit umgehen. Ich konnte es halt nicht. Und bin dann halt zehn Jahre lang abgespürzt. Mein Leben verschwindet zehn Jahre lang. Vasi war drogenabhängig und lebte auch im Bahnhofsviertel. Mittlerweile hat er es geschafft. Er hat eine Wohnung, ist seit elf Jahren im Methadon-Programm und gibt heute zurück, was er damals selbst bekommen hat und bekommt dabei noch viel mehr. Die Gemeinschaft hier mit den Engeln, das begrüßen, das umarmen, hallo, wie geht's dir? Zwischendurch mal ein paar Notizen, ein paar Nachrichten, kommt ihr, was macht ihr? Kann irgendjemand das oder das machen? Ist doch toll. Und vor allen Dingen sind das die Einzigen, die nichts von einem wollen. Die wollen ein Lächeln vielleicht und ein Dankeschön und sonst nichts. Und nicht mal das ist Zwang. Zwei Stunden später leert es sich langsam. 230 Portionen Lasagne und etliche geschmierte Brote haben die Street Angel heute ausgegeben. Selbstverständlich ist das nicht. Das weiß auch Sabi Uschki. Deshalb dankt er heute Julia mit einer Ehrenbukunde. Julia, vielen Dank, dass du immer kommst und uns unterstützt. Deswegen einmal Überrechung, Mitgliedsausweis, den musst du später unterschreiben, dass du es dann bekommen hast. Wir machen noch ein Foto mit allen. Anstatt immer irgendwie nur ehrenamtlich zu schuften, seine Freizeit dafür herzugeben, und dann sehen die es als selbstverständlich. Und das soll bei mir eben nicht sein. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Diese Zeit, die wir hier auf der Straße bringen, ist nicht selbstverständlich. Die Street Angel machen alles ehrenamtlich. Sie erhalten derzeit keine staatliche Unterstützung, nur Spenden. Am Sonntag werden sie wieder hier im Bahnhofsviertel sein. Zur selben Zeit, an derselben Stelle, wie jede Woche, seit Jahren.